Wie ist es, wenn die Eltern immer etwas haben wollen, obwohl man selbst Familie hat und diese versorgen muss? Wer geht vor und wie soll man damit umgehen? Schaut mal. Die Gelehrten sagen, man ist verpflichtet, den Eltern zu gehorchen, außer in drei Fällen. Der erste Fall ist, wenn sie dir etwas befehlen, was Schirk oder Sünde ist, dann gehorche ihn nicht, aber sei in der Dunja weiter gut zu ihnen. Der zweite Fall ist, dass sie von dir etwas fordern, wozu du nicht in der Lage bist. Zum Beispiel, du bist nicht in der Lage, denen ein Auto zu kaufen. Sie sagen dir, kauf mir ein Auto, du bist nicht verpflichtet, weil du gar nicht in der Lage dazu bist. Und du brauchst ihn auch nicht zu gehorchen in Dingen, die für sie keinen Einfluss haben im Leben, wo es nicht um Güte geht. Zum Beispiel, sie sagen dir, kauf dieses Auto oder studiere diesen Beruf. Da bist du nicht verpflichtet. Aber dennoch, sage ich, in den letzten beiden Fällen, natürlich nicht im ersten Fall, das ist absolut verboten, soll man trotzdem versuchen, eine Einigung mit ihnen zu finden, weil es sind immerhin die Eltern. Und man soll versuchen, mit ihnen gut auszukommen, wie Ibn Allah Ta'ala. Wenn man nicht in der Lage ist, Geld für die Eltern zu geben, man würde es gerne, dann ist man nicht in der Lage. Ganz einfach. Was man hat, so kann man eine gute Geste zeigen, dass man am liebsten würde, aber man kann nicht. Naam. Und hier braucht man sich auch nicht zu verschulden. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.